Oh Gesundheit! Hat der Ziegenmann kurz deinen Hoden in deinem Hals getaucht? Oh ja, hat er. Oh ja, hat er! FLAF 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 Eine Ewigkeit später. Alter, wie lange du weg warst? Der muss meinen Schreibtisch sauber machen, meine Tastatur, mein Stream Deck, mein Bildschirm. Was hast du da gemacht? Darauf gehuset oder drauf ge... Pepsi verspuckt.